Dominik, ist am vergangenen Samstag der Knoten geplatzt? Ja, natürlich das erste Mal drei Punkte zu holen, war natürlich schön. Das erste Mal in dieser Saison, es tut natürlich gut. Er hat uns sehr gefreut, aber natürlich ist der Fokus schon auf morgen Abend. Es geht direkt weiter, Spiel für Spiel und von daher freuen wir uns natürlich jetzt auf morgen Abend zu Hause gegen Schalke. Der Gegner wird kein leichter sein, steht unter Druck. Schalke in der Krise, ich glaube, das ist nicht übertrieben getitelt. Ist es gerade deswegen gefährlich morgen Abend? Ja, würde ich sagen. Wir haben noch kein Spiel gewonnen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. In Schalke wird natürlich viel Unruhe immer gleich reingebracht. Kann natürlich auch ein Vorteil für uns sein, wenn wir das gut machen. Die denken, die müssen auf jeden Fall was holen morgen, davon gehen die aus. Und das kann natürlich unser Plus sein, wenn wir da gut gegen den Ball arbeiten, unser Spiel durchziehen, so wie gegen Wolfsburg, werden wir es natürlich ihnen schwer machen und versuchen, ein gutes Spiel zu machen und natürlich die Punkte herzulassen. Worauf muss man denn bei Schalke ganz besonders achten? Jetzt ins Detail zu gehen, da bräuchte ich ein bisschen länger. Wenn wir es mal kompakt nehmen, das ist eine Qualitätsmannschaft. Letztes Jahr in die Champions League gekommen, die haben vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt in manchen Spielen, haben trotzdem gute Leistungen gezeigt. Fand ich, es war jetzt nicht alles schlecht, nur weil sie null Punkte haben. Das auf keinen Fall, die haben viel Qualität und deswegen müssen wir da hellwach sein von der ersten Minute an. Die werden brennen, die werden in die Zweikämpfe fliegen, werden aggressiv sein, werden erstmal in die Basis zurückgehen, Zweikämpfe gewinnen, gutes Umschaltspiel. Und da müssen wir aufpassen und das ist sehr, sehr gefährlich. Das war's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020